Wie Transferinsider Fabrizio Romano vermeldet, hat Bayern 04 Leverkusen nun wohl das Rennen um Linksverteidiger Alejandro Grimaldo gewonnen. Der 27-jährige Spanier spielt ja derzeit bzw. schon länger bei Benfica Lissabon, ist auch absoluter Leistungsträger und Stammspieler, hat einen Marktwert von 25 Millionen und nun läuft eben sein Vertrag aus zum kommenden Sommer hin. Und dementsprechend gab es da wirklich viel Interesse an ihm von absoluten Top-Klubs, wie eben seinem Ausbildungsverein, dem FC Barcelona. Aber unter anderem wurde auch dem FC Fulham, Juventus Turin, Borussia Dortmund oder auch dem AC Mailand Interesse nachgesagt. Allerdings soll nun eben die Werkself den Zuschlag erhalten haben, was eben einen ablösefreien Transfer betrifft. Und so hat Bayer Leverkusen eben laut Fabrizio Romano eben schon eine komplette Einigung mit der Seite von Alejandro Grimaldo erzielen können. Der Medizincheck sei eben auch bereits in den vergangenen Tagen absolviert worden sein. Also es fehlt eben nur noch die Unterschrift bei dem Vertrag, der eben voraussichtlich bis 2027 laufen soll. Neben der wirtschaftlichen Komponente, bei der man einen Spieler kostenlos bekommt, der einen Wert von 25 Millionen hat, ist aber auch die sportliche Komponente und der Spielertyp auch ein extrem guter Fit. Denn so ist Grimaldo an sich ein extrem starker Linksverteidiger, kann zum Beispiel in der aktuellen Saison 23 Scorer-Punkte in 52 Saisonspielen aufweisen. Neben dem Fakt, dass er eben extrem selten verletzt ist und eigentlich immer fit ist und spielen kann, zeigt das eben auch seine extreme Torgefahr bzw. auch seine guten Flanken. Aber er zeigt das Ganze eben nicht nur in der Liga, sondern hat auch in der Champions League mit zwei Toren und fünf Vorlagen in dieser Saison auch in den absoluten Topspielen, wo es um alles geht, wirklich eine extrem gute Leistung gezeigt. Das Hauptaugenmerk liegt bei ihm vor allem auf dem offensiven Output, denn so sind vor allem seine Flanken, so wie ich es einschätzen würde, seine absolut beste Stärke. Die kommen wirklich brandgefährlich. Da ist so ein bisschen die Frage, hat man bei Leverkusen einen Abnehmer? Aus dem Spiel heraus aktuell nicht unbedingt. Insofern natürlich Patrick Schick weiterhin verletzt ist, aber da muss man halt mal schauen. Aber auch ansonsten hat er neben seinen starken Flanken und Vorlagen eben auch eine starke Schusstechnik, haut da das ein oder andere Mal einen schönen Distanzschuss raus. Aber sein Passspiel ist nicht nur im letzten Drittel überragend, so kann man ihn auch durchaus im Spielaufbau gut gebrauchen. Er hat extrem gute progressive Pässe, aber kann den Ball halt eben auch selbst nach vorne treiben, ist zudem im Pressing stark und agiert eben grundsätzlich gut und gerne als Breitengeber auf der linken Außenbahn, kann da aber flexibel agieren, sei es jetzt als Schienenspieler in der Fünferkette oder eben als Linksverteidiger in der klassischen Viererkette. Gegen den Ball muss man sagen, ist er zwar solide, aber das ist definitiv nicht seine Stärke, denn die liegt vor allem in der Offensive. So hat er zwar an sich gute Zweikampfwerte, kann auch Bälle gut abfangen, aber ansonsten hat er es halt eben auch aufgrund seiner Füße schwierig, gewinnt relativ wenig Kopfballduelle, mit 1,71 Meter natürlich auch nicht ganz verwundernswert, aber das ist so ein bisschen das Negative. Aber ich finde, wenn man den Kader von Leverkusen betrachtet, dann kann man eben seine Schwächen auffangen, aber seine Stärken kommen dann vor allem zur Geltung, wenn man ihn eben auf Linksaußen einsetzt. So spielte man zuletzt unter Trainer Xabi Alonso recht flexibel, mal Dreier, mal Viererkette, meist mit Mitchell Bacca oder eben mit Piero Hinkepi. Hinkepi ist viel defensiv stärker, gelernter Innenverteidiger, kann aber eben auch Linksverteidigen in beiden Systemen, genauso wie Mitchell Bacca, dessen Stärken aber vor allem in der Offensive liegen. Bei ihm war ja lange so ein bisschen die Frage nach der Qualität. Unter Alonso hat er sich jetzt ein bisschen gefangen, performt er auch recht gut, dennoch fällt er schon so ein bisschen ab und gerade ihn sollte man qualitativ, finde ich, doch ersetzen und mit Grimaldo könnte man das auf jeden Fall richtig gut, denn so ist Bacca zwar auch, was Tore angeht, recht offensiv steig, aber seine Technik und sein Passspiel ist halt eben deutlich schwächer wie das von Grimaldo und wenn man sich da eben ablösefrei verstärken kann, dann ist es ein richtig guter Transfer, bei dem wahrscheinlich auch Trainer Xabi Alonso eine entscheidende Rolle gespielt hat, warum er sich letztendlich für Leverkusen entschieden hat aus all den anderen Interessenten, denn wie gesagt, Grimaldo ist Spanier, Xabi Alonso natürlich auch, ist eine spanische Legende und von dem trainiert zu werden, ist als Spanier, glaube ich, ein absolut ziehendes Argument, was dann letztendlich zur Entscheidung pro Leverkusen geführt hat. Das soweit meine Einschätzung zum wahrscheinlich bevorstehenden Transfer von Alejandro Grimaldo zu Bayern 04 Leverkusen von Benfica Lissabon. Was sagt ihr zu meiner Einschätzung? Teilt ihr meine Meinung oder seht ihr es anders? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!